Ja, ihr seht richtig, nach einer Woche Trampen haben wir uns dazu entschlossen, ein Auto zu mieten. Und wenn ihr jetzt noch erratet, bei wem, naja gut, machen wir es nicht ganz so spannend, es ist die Autofirma, bei der wir beim letzten Mal gesagt haben, bitte, bitte geht nicht dahin. Ja, warum haben wir uns wieder für sie entschieden? Ja, weil sie diesmal keine Drop-Touch haben. Erstaunlich, nicht? Komisch. Und wenn man es so nimmt, bezahlen wir über 100 Dollar weniger für elf Tage, als für vier Tage von New York nach Miami. Das ist Wahnsinn. Und das Auto ist wunder, wunder, wunderschön. Schön groß. Ja. Ja, also dann bis später. Wir müssen jetzt erstmal etwas zu essen finden. Tschüss.